Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Antje Niendorf und ich bin die Autorin des Fantasy-Mehrteilers Kampf um Arnorin. Ich befinde sich hier gerade in meiner Schreibstube einer Hütte mitten in Fleming. Und von hier aus möchte ich euch gerne künftig ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben, nämlich mit dem Start meines Blogs Neues aus der Schreibstube. Die erste Neuigkeit ist heute auch schon da, und zwar, das ist eine ganz besondere, nämlich das Cover- und Titel-Reviel zu Band 2 von Kampf um Arnorin. Link findet ihr in der Video.